Zwölf Athletinnen, die um den Einzug in das Finale kämpfen werden. Startnummer 85, Christina Siemens von Vitalis Fitness Center in Hagen. 87, Carina Brill von Glocks Fitness Wiesel. 88, Katarzyna Himmel von Masselein Hanau. 89, Lisa Marie Schrader von Vitalis Fitness Center in Hagen. 90, Melanie Watschau vom Team Fitzgerald Groß-Kaulitfeld. 91, Tatjana Moske, Outback Gym Mainz. 92, Muni Heckenthaler von Eisenmacht Schön. 93, Jana Rassilova vom Body Gym Bad Schwimmer. 94, Leslie Borla von Body Fit Mannheim. 95, Laura Meusel von Body Gym Bad Schwimmerdorf. 96, Stella Willenzen von der BB Sportnahrung Ludwigshafen. 97, Katharina Ken Derker von Classic Gym Bad Schwimmerdorf. 97, Laura Sieht super aus. Macht dich groß. 97, Stella Stehen und Druck auf die Beine. Bei den Menschenvergleichen werden wir zwei Gruppen sehen. Sechs Teilnehmerinnen. 5, 2, 3, 8, 5, 4, 7, 8, 7, 8, 8, 9. 1, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 8, 9, 9. kommt, haben die Kampfrichter die Möglichkeit nochmal die ganze Gruppe sich anzuschauen, sich einen groben Überblick zu verschaffen über die Teile. Wir bitten die ersten sechs Athletinnen nach vorne und sind gespannt auf den ersten numerischen Vergleich unter Anleitung von unserem Hauptkampfrichter Michael Enzo König. Das ist ja gut. Viertel der Jungs seit 90. Tschüss Stella. So ist gut, geradeaus gucken. Stell dich in Line ab. Line ab. Seit der Linsen hier. Jawoll. Das ist schon Ausfußvergleich gewesen. Nein, noch nicht. Das ist falsch. Losgut. Musst Kopf hoch. Musst Bein auf. Ja. Vierteldrehungsseitenansicht. Super. Hinterhand. Sehr gut. Das war der erste numerische Vergleich. Das war der erste numerische Vergleich. Die Gruppe der Athletinnen kommt nach vorne. Sehr schön. Auf Leslie. Auf Stella. Jawoll. Mund stell dich hoch. Schön groß zu gehen. Jawoll. Perfekt. Eindrehen. Startzeit. Vierteldrehung nach rechts. Drehen. Vierteldrehung nach rechts. Musik. Spann an. Drehen. Seid gestaucht. So ist gut. Geradeaus gucken. Und löschen. Und das machst du so toll. Rückenansicht. Und jetzt fühl dich jetzt. Jetzt alles geben. Mach auf. Stehen. Heute aufmachen. Ja. Super. Toll. Stella. Seidensicht. Eindrehen. Richtig. Eindrehen. Und geradeaus gucken. Schön. Die Luft raus. Weiter so Laura. Jawoll. Und wieder nach vorne. Frontansicht. Und die Füße dran denken. Jawoll. Sehr schön. Prost. Ja. Guck die Kampfrüchte an. Guck dir die an. Guck mir auch auf dich. Ja. Ist doch so. Nein. Das waren die beiden. Aufbauen. 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 Ein bisschen drehen. Wir erwarten den ersten Wunschvorgleich. Unsere Kampfrichter. Super. Ausbauen. Hier in der Frau und Fitnessfigur Klasse 2. Ja. Genau. Nachdem wir eben schon die Gesamtsiegerin in der Bikiniklasse gesehen haben. Und jetzt hier unsere nächste Gesamtsiegerin ermittelt. Der Frau und Fitnessfigur Klasse. Lächeln. Erster Klassensieger natürlich. Aber am Ende geht es ja darum, herauszufinden, wer der Gesamtsieger wird. Beine. Man will uns belehren, Martina. Ja. Echt? Tatsächlich. Kann ich gar nicht hin. Das dauert die Konne. Prost bleiben und schön. Beschwerden nehmen wir beim Bankett entgegen. Ja, das macht der Herr Heinz Ullesch für uns. Genau. Beschwerden an Heinz. Bitte Frontansicht. Bitte Frontansicht. Dankeschön. Die Frauen-Fitnessfigur Klasse unterscheiden sich ja von der Bikiniklasse nicht nur in der Präsentation, sondern auch so ein bisschen vom Äußerlichen. Die Athletinnen dürfen mehr Muskulatur zeigen. Das ist eine feine, australierte Muskulatur, die Sie erwünscht haben. Reden Sie mal ein bisschen ein? Im Anschluss haben wir dann noch die Frauen-Physik-Klasse. Da darf es noch ein bisschen mehr sein. Da darf es noch ein bisschen mehr sein. Da werden noch keine Schuhe mehr getroffen. Wir haben zum ersten Vergleich nach vorne insgesamt sechs Athletinnen. Ja! Stand Nummer 87, 90, 92, 94, 95, 96. Aufhauen! Mach dich Prost! Jawohl! Großbleiben! Und Stella! Da! Vierte Drehung, Seitenansicht! Jawohl! Der Arm hinten! Jawohl! Du stehst super! Mehr geradeaus gucken! So, geradeaus. Geradeaus. Das war sehr gut! Das war sehr gut! Verrückende Ansicht! Jawohl! Gas gibt! Heute noch! Schön aufmachen! Aufmachen! Die Finger! Ganz auf! Ja! Die Finger! Alle rassen! Die Finger! Die Finger! Die Finger! Die Finger! Wenn die Finger! Die Finger! Ine es. Die Finger! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, alle Damen, bitte hinter der Bühne bereit halten für die Krankheit, wenn ihr Finalisten seid.